Hey yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play... Oh oh... Moment... Wird das Spiel nicht angezeigt? Doch, ok... Und willkommen zu Let's Play Sins of the Solar Empire Ich glaube wir haben schon einen Titanen entworfen und der levelt auch gerade ein bisschen... Irgendwie tut mir mein Ohr weh... Das ist natürlich nicht so nice... Ja, das ist irgendwie ganz, ganz... Da ist so ein Nerv, der drückt mir Schauer über den Rücken... Ach, eklig... Aber, kommt vor... Oh Gott, erstmal orientieren... Kann man hier Pause machen? Ich glaube das geht nicht... Bereit loszuschlagen! Genau, hier haben wir... Ah ja, ok, ok... Ich weiß die letzten Befehle nicht... Jetzt noch ein paar Titanen... Obwohl das ausschaut... Äh... Piraten... Ein paar Titanen... Das wäre natürlich problematisch... Und ich habe nochmal geschaut... Die beste Skillung finde ich einfach nicht... Weil überladen scheint sehr stark zu sein... Das scheint halt alle stark zu sein... Ich weiß, ich brauche hier Hülle und der ganzen Quatsch... Aber... Ich muss mal gucken, wie ich das am besten mache... So... Ich weiß auch nicht, wo ich gerade am forschen bin... Ein bisschen auf Angriff gehe ich wohl gerade... Das ist für mich in Ordnung... Viele Planeten habe ich nicht... Ich habe zwei und das war's... Das ist natürlich bitter... So, was geht hier ab? Ah ja... Aber... Das ist verbündet... Alliierte Verstärkung ist eingetroffen... Vielleicht haut der gerade ab... Sieht so aus... So, was bauen wir hier? Wie schaut denn das aus? Ist das meine Armee? Stilettkorvette... Haben wir gar nicht so viele von... Können wir da noch ein paar bauen? Raketenflikanten habe ich nämlich schon einige... Ja... Titan alle... Hier keine Titanverbesserung... Hier Titanverbesserung... Dann machen wir das doch... Ein bisschen Titan verbessern... Beziehungsweise so... Und... Ob wir da angreifen sollen, weiß ich noch nicht... Ich werde mich jetzt erstmal... Ne, warte, warte, warte... Jetzt sind noch Gegner... Erstmal die noch vernichten... So... Der kann wieder leveln... Was leveln wir? Ja... Mehr Waffenschaden macht Sinn... Ich mag aber mehr Antimaterie zu haben... Also Fähigkeiten... Die Fähigkeiten sind nicht schlecht... Muss ich gestehen... Ne... Geheimdienst... Bauen vor einem bevorstehenden Piratenüberfall... Naja... Machen wir das mal so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob der explosive Schuss so gut ist... Muss man mal gucken... Eine verbündete Flotte ist eingetroffen... Müssen wir mal schauen... Haben Sie was für mich? Bin dabei! Bin dabei! Okay... Der ist dabei... Und weg sind sie... Na schön... Ähm... Kann ich... Kann ich Handelsstrukturen bauen? Keine Logistikplätze verfügbar... Okay... Das ist natürlich doof... Planeten habe ich nicht viele... Der Planet gehört keinem? Ne... Kann ich sein... Aber ich finde das interessant, dass es hier... Phasensprung abgeschlossen... Wie kommt man denn da hin? Ah... Über die Wurmlöcher... Ah... Okay... Okay... Das ist natürlich unglaublich interessant... Muss ich gestehen... Wenn ich hier hin... Das könnte ich vielleicht sogar versuchen... Aber das muss ich erst forschen... Ich muss... Ich muss glaube ich erst forschen... Dass ich... Dass ich Wurmlochreisen machen kann... Ja... Da brauche ich eine Forschungsbasis... Und das kann ich mir grad nicht leisten... Weil kein Platz ist... Okay... Okay... Das heißt... Ich muss irgendwo einen Planeten erobern... Und wenn es bloß ein Asteroidengürtel ist... Aber der hilft mir aber viel... Ah... Das ist ja doof... Das ist ja doof... Okay... Dann mache ich mal hier ein bisschen mehr Zivil... Forschungszeugs... Für mehr Erdbevölkerung... Sollte nicht ganz schlecht sein... Für die mache ich gar nichts... Das ist glaube ich klar... Eine verbündete Flotte ist eingetroffen... Ich bin schon am Aufnehmen... Oder... Aha... Schaut euch den Scheiß an... Ich vergesse es immer wieder... Mann, 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 Mann... Zum Glück schaue ich dann nochmal nach... Ja... Ne... Es ist auch sehr früh in der... In der Früh am Morgen... Tut mir leid... Höh... Und mein Ohr tut immer noch weh... Wir haben schon ein Kitzeln im Abschlussfinger... Aber gut... Wir brauchen ein Ziel... Ich weiß halt nicht, ob ich da wirklich hin kann... Das ist so eine Riesenarmee... Und das... Das ist bitter... Was der da hat, ne... Das ist... Das ist sehr bitter... Der Gelbe hat auch fast nichts... Das sieht nicht so gut aus... Wenn ich eine Riesenarmee hätte... Dann... Dann könnte man sagen... Jo, lass machen... Aber... Haben wir nicht... Ne... Haben wir einfach nicht... Und das macht es dann auf Dauer auch nicht einfacher... Muss ich gestehen... So... Hier kann ich nicht viel bauen... Forschung nicht erfüllt... Forschung nicht erfüllt... Unzureichende Finanzmittel... Das wollte ich eigentlich machen... Eine verbündete Flotte ist eingetroffen... Ich wollte... Ich wollte... Den... Den... Der sehr teuer ist... Aber wenn das funktioniert... Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger... Wir brauchen ein Ziel... Ich weiß halt nicht... Ob ich hier kämpfen soll oder nicht... Das ist... Was hat der denn da alles... Ich muss mir das mal anschauen... Es geht eigentlich... Die Bombergestaffeln sind böse... Aber... Ich glaube ich werde versuchen da anzugreifen... Und werde einfach mal gucken... Ob da was geht... Ich habe einen Titan... Stufe 3... Der hat ein paar Fähigkeiten... Das ist eingetroffen... Das kann man schon mal machen... Würde ich jetzt behaupten... Eine unserer Feinde... Baut irgendetwas Neuartiges... Das ist nicht gut... Alle Energie auf den Sprungantrieb... So... Ich brauche noch ein bisschen mehr Geld... Sollte ich bald haben... Ich hätte hier das Zeug sehr gerne... Aber auf vier Forschungsbasen komme ich nicht... Das ist halt doof... Weil die Hirn vorpassen... Das wusste ich bei dieser Karte auch noch nicht... Dass man über die Wurmlöcher... Hier diese... Diese... Ja... Wäre schon interessant... Weil so einen Planeten zu haben... Wäre so gut für mich... Jetzt bauen wir erstmal sowas... Und dann fliegen wir jetzt mal hier drüben... hin... Und... Abgeschlossen... Ein Verbündeter... Ah... Das ist ja was Gutes... Ja... Das ist was sehr Gutes... So... Ich springe jetzt rüber... Warte, warte, warte... Wir gehen erstmal dahin... Und der Titan... Macht das erstmal Solo... Okay... Die gehen alle da rüber... Dann gehen wir rüber... Los... Der haut ab... Okay... Mit einem Doppeltitan... Vielleicht können wir jetzt was machen... Was wo... Was wo... Hä... Ist doch noch gar nicht so weit... Warum... Zusätzliche Credits benötigt... Zusätzliche Credits benötigt... Stark gegen Fregatten... Kreuz Air kommt... Wieso kommen jetzt hier Piraten hin... Das will ich nicht... Keiner erledigt den Job so gut wie ich... Ist das jetzt... Ne... Das ist ne Corvette... Da ist er ja... So... Muss ich jetzt nicht verstehen... Oder? Warum hier jetzt plötzlich... Sowas passiert... Ist ja jetzt doof... Na hoffentlich kriege ich das Geld schnell genug rein... Ups... Das war super dämlich... Oh Gott... Das bringt nichts mehr ein... Das Empire einzugreifen... Eine verbündete Flotte ist angetroffen... Der da... Geht jetzt da rüber... Weil wenn ich mir das alles holen kann... Hole ich mir das auch... So... Der kann bauen... Ne... 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 Bau... Schnell... Hier... Ganz schnell... Ganz ganz schnell... Fang an... Geil dich... Okay... Hoffentlich überlebt die das... Alle Energie auf den Sprung antrieben... Es bringt nichts mehr ein... Das Empire anzugreifen... Sieht aber ganz gut aus hier... Und ich glaube danach springen wir mal da hoch... Und... und... Versuche mal irgendwie... Ich hätte sehr gerne... Ich hätte wirklich... Sehr sehr gerne... Den ganzen Kram... Aber... Ich komm nicht mal auf drei Dinge... Was ist das denn? Strukturbauzeit... Ne... Ne... Das brauch ich jetzt wirklich nicht... Ähm... Ich kann nicht mal den Weltraumhandel machen... Schaut euch das an... Das war eigentlich mein Plan... Aber nicht mal das geht... Na gut... Dann bleibt mal beim Angriff... Ne... Dann bleibt mal beim Angriff... Zusätzliche Credits benötigt... Zusätzlich alles benötigt... Das macht's halt schwierig... Ne... So... Die Basis wird angegriffen... Aber vielleicht... Überlebt's es ja... Ich kann's nur hoffen... Das wär sonst sehr teuer... Wenn nicht... Kann ich die Hülle von der Basis irgendwie verstärken? Und orbitalen Strukturen gewährt... Ja... Das brauch ich eigentlich... Die haben das jetzt nicht ernsthaft zerstört... Ne... Gut... Ich dachte schon... Was für mich? So... Was haben die? Die haben... Kanonenschaden... Laserschaden... Die sind... Tausend halten die aus... Und die tausend sind ja dann... Lade Waffen auf! Dann greifen wir da so an... Ja... Und hoffentlich... Hoffentlich läuft das... So... Das sieht nach Sieg aus... Aber ich weiß nicht wo ich hinspringen soll... Als nächstes... Ich hätte gern... Die Piraten vernichtet... Aber... Das sieht sehr riskant... Andererseits... Andererseits könnte es sich sehr lohnen... Diese Piraten zu vernichten... Vielleicht mach ich das auch einfach... Vielleicht checke ich wirklich den Titan zum Leveln dahin... Wir erledigen das! Ich probier das jetzt einfach... Wenn nicht dann zieh ich ihn zurück... Oder... Verstärkung aber... Ich will das jetzt wissen... Kann der sich da hochleveln? Geht das? Vielleicht geht das ja... So... Die ist fertig... Wir müssen... Ihr Feuer konzentrieren... Ich hoffe die hält das durch... Aber das sieht sehr schlecht aus... Zusätzliche Credits benötigt... Ja das ist ein Problem... Zusätzliche Credits benötigt... Eintritt in den Fahrtenraum... Zusätzliche Credits benötigt... Oh man... Nehmen Sie mir doch mal was zu tun... Lade Waffen auf... Ich zeig Ihnen zu was ein richtiger Pilot im Stande ist... Eine verbündete Flotte... Schade... Dass da genau jetzt die Piraten kommen... Ist natürlich sehr unglücklich... Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger... Aber gut... Ein Ziel... Jetzt bin ich mal gespannt... Das war sehr teuer... Die werde ich nicht halten können... Weil halt bloß auch die Panzerung hoch geht... Statt das Leben... Ich brauche hier Verstärkungen... Ich krieg die Piraten nicht weg... Wie doof... So was macht der jetzt... Oh der kassiert... Ja das ging auch sehr schnell... Hau lieber wieder ab... Besser ist es... Du haust wieder ab... Den will ich nämlich nicht an den Piraten verlieren... Aber der sollte wegkommen... Ja und das ist hier natürlich jetzt ein riesen Problem... Sowas doofes... Wird nicht helfen... Muss ich reagieren... Ja... Oh dann nimmt Mut Schaden der Titan... Das ist böse... Und ich nehme hier auch mega Schaden... Die Piraten hauen einfach nicht ab... Schade... Das war... Unnötig... Und sehr teuer... So was kann man noch machen... Kann ich... Ist das das Trägerschiff? Ja... Okay... Dann hole ich unten jetzt den leichten Träger... Na... Wegen so... Acht... Neun Piratendinger... Aber so ist es halt... Und die werden mir alles kaputt ballern... Das ist... Das ist sehr schlecht... Eine verbündete Flotte ist eingetroffen... Das ist schön... Aber das... Hilft mir jetzt auch nicht so viel weiter... Eine hierte Verstärkung ist eingetroffen... Wie schaut denn das hier aus... Mit dem... Flottenkram... Aber das wäre natürlich nice... Was ist das? Eintritt in den Faser... Oh schön... Die haben ein Artefakt... Und welches? Kann ich das sehen? Gehört das mir auch? Nein... Eine verbündete Flotte ist eingetroffen... Okay... Also wir haben... Er hat irgendein Artefakt... Dort gefunden... Das ist natürlich nice... Was das ist... Muss man halt sehen... Boah... Wie die die Werft zerballern... Ist ja eklig... Oh man... Ihre Befehle! Wie uncool... Wir erledigen das! Okay... Der greift hier drüben an... Ohne Titan... Doch, ne... Ne... Ohne Titan... Der Rest muss man sehen... Eine verbündete Flotte... So... Vielleicht können zwei Träger... Ein bisschen was reißen... Ein paar Träger zu haben... Ist immer gut... Jetzt hauen sie wohl ab... Oder wie? Ne... Wir wollen dieses Schiff anbreiten... Das ist alles... So blöden Piraten... Alliierte Verstärkung ist eingetroffen... Na gut... Schiffen ist... Oh... Haut er ab... Nein... Okay... Knifflig... Sehr knifflig... Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein... Das ist natürlich schön... Was gibt's denn noch? Bomberfrikatte... Ne... Flakfrigatte... Ne... Reparaturwerf... Die wäre natürlich irgendwann mal auch sehr praktisch... Wenn ich hätte... Und was ist das? Verbessert der Reparaturroboter... Eine verbündete Flotte... Das ist auch sehr praktisch... Das erforscht man dann auch noch... Ja... Vielleicht... Vielleicht können die so ein bisschen... Hin und her springen... Bis der Titan und der Rest ankommen... Weil ich mache... Da sind wieder Verluste... Es geht sehr sehr schnell... Zeit ist knapp... Sind da Verluste... Ihre Befehle... Das müssen sie uns nicht zweimal sagen... Bereit los zu flagen... So... Wo ist mein Titan... Der ist dabei... Eine verbündete Flotte ist eingetroffen... Wer braucht Luftunterstützung... Was sind das für Dinger... Die LED-Korvette... Wir haben schon ein Kitzeln im Abzugsfinger... Wir brauchen ein Ziel... Was immer geht... Soll mir rechts... Oh... Der Orangene wehrt sich hier böse... Der hat auch einen Titan... Der sollte eigentlich hier abhauen... Und nicht kämpfen... Jetzt wo hier Verbündete... Äh... Gegnerische Truppen sind... Ist das gefährlich... Ich habe auch... Noch gar keinen Einfluss... Alle Energie auf den Sprung anlegen... Hier mit Loyalität... Gar nichts... Nichts... Das ist halt schon böse... Da gibt es ein Artefakt... Aber ich weiß nicht ob und welches... Also... Ich weiß ob... Aber ich weiß nicht welches... So... Den Planet habe ich erforscht... Der ist erforscht... Das ist klar... Hauptplanet-App verbreue ich nicht... Das brauche ich auch alles nicht... Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein... Ja... Und sonst geht nichts... Eine verbündete Flotte ist eingetroffen... Haben Sie was für mich? So... Sie wählen aus... Ich mach dem Recht... Schwarm Sprengköpfe... Das klingt doch gar nicht schlecht... Zusätzliche Credits... Ja... Aber die Credits... Die hole ich mit... Weitere Forschung nötig... Die Zeit ist knapp... So... Zack... 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 Nur schnell... Unsere Verstärkung greift in die Schlacht ein... Wie viele Träger habe ich jetzt da? Zwei... Vielleicht kann ich ja noch eins, zwei bauen... Eine verbündete Flotte ist eingetroffen... Na... Obwohl ich sagen muss... So ein Kodiak schwerer Kreuzer wäre auch sehr gut... Aber ich glaube den kann ich mir grad nicht leisten... Ne... Brauche ich fünf Militärstrukturen... Huhu... Verbesserte Reparaturroboter... Alliierte Verstärkung ist eingetroffen... Ein alliiertes Großkampfschiff wurde zerstört... Ja... Das ist das Problem... Das ist das große Problem... Zusätzliche Credits benötigt... Splitter Gefechtskopf... Das ist auch nicht schlecht... Und der Titan wird verbessert... Vielleicht sollte ich das demnächst auch forschen... Nochmal schauen... Wir haben schon ein Kitzel im Abzugsfinger... Wir brauchen ein Spiel... Immerhin gewinne ich jetzt diesen Quatsch hier... Das ist doch schön... Eine verbündete Flotte ist eingetroffen... Oh... Der wurde vernichtet... Ne... Lebt noch... Zieh mir aber zurück... Es reicht mir, dass mir das gehört... Ja... Das ist halt... Totale Vernichtung... Das ist nicht gut... Er hätte sich hier zurückziehen sollen... Nicht kämpfen... Er hat jetzt alles verloren... Das ist nicht gut... Wo ist denn der gelbe Titan? Hier... Forschung abgeschlossen! Hier gibt es aber nicht viel zu holen... Naja... So... Boah... Titanwerft abzureißen... Lohnt sich gar nicht... Macht noch nicht... Okay... Immerhin... Immerhin wird hier gelevelt... So... Die Schlotte ist eingetroffen... Forschungsvoraussetzungen nicht erfüllt... Ja genau, weil ich die Sprengköpfe erst haben will... Die gefallen mir nämlich ein bisschen besser hier... Die leichte Fregatte ist auch gar nicht so schlecht... Holen wir uns noch zwei... So... Und dann muss ich mal gucken... Weil wenn der Orangen da oben so stark ist... Dann ist das ziemlich, ziemlich böse... Heyo there... Thank you for watching... Heyo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos... Wenn ihr mich unterstützen wollt... Klickt einfach auf den Daumenrauch-Button... Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen... Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren... Um kein Video mehr zu verpassen... Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag... Macht's gut! Jetzt zu sehen und sehen. Ich freu euch den Kanal noch mal kurz... Wie macht's bitte offen? Da hat man nur noch an die Gerhardt ist. Ent데i mag nur noch was nicht... Ihr seht? Ja! JT-Modrig mit deinem Kanal... Wenn ihr euch fertig seid... Als vorher noch etwas... wissen wir gar nicht dafür zu wissen... Wunderschönen und dritte Lüge... Untertitelung des ZDF für funk, 2017